Mit der neu geschmiedeten Schmelztiegelklinge begibst du dich auf die Reise zum himmlischen Reich der Karnmyka, Urdak. Dort musst du sie daran hindern, die komplette Kontrolle über das schlummernde Icon of Science zu erlangen. Um die Welt der Myka zu erreichen, musst du Nekrawal die Stadt der Verdammten durchqueren. Im dunklen Herz Nekrawals thront die verfluchte Zitadelle und der menschliche Seelen verlesen, gefoltert und in argenter Energie umgewandelt werden. Von der Spitze des Turms aus wird die Energie direkt zum Urdak übertragen. Der einzige dir bekannte Zugang der Stadt zu Makyra. Krasse Sache Arsch und Energie wird aus den Seelen der Höllenopfer hergestellt. In dieser Fabrik wird die Energie gewonnen. Nekrawal, die Stadt der Verdammten. Krasse, es ist der Titani ja, ey. Der da am Bluten und angekettet ist. Alter, da bist du ja... Das ist ja schon echt krass hier, ne? So wie das aussieht. Heftig. Die Hölle himself. Der echt, echt nette Götter, ne? Die wir da haben. Na gut, machen wir erstmal Pause. Okay so. Dann gehen wir jetzt weiter. Der wird ja schon direkt krass empfangen hier. Nein. Hier. Nein! Ich habe ihn ja sogar erwischt. Tchack, tchack. Ähm, da. Und dann machen wir direkt mal hier die Lurikel. Ich dachte eigentlich, ich würde sein, dein Werfer an der das zerstören. Nein, nach oben. Wie, die sind schon tot. Das war so nicht geplant. So, mach die auf hier, die die dritte. Wollen wir jetzt links rum oder rechts rum? Hm, der Kampf scheint doch gar nicht beendet zu sein. Aber ich sag ja, da waren doch noch zwei Dudes. Wo sind die hin? Arme Schweine hier, die hier hängen. Die können einem echt leid tun. Naja, gut. Gehen wir mal hier nach links. Einfach zackig. Achso, äh, wir haben wieder einen. Ah, ja. Ähm, Gesundheit für Blut. Solange maximal Gesundheit, äh, äh, leid Blutschlag auf. Boah. Machen wir halt das. Rüstung. Zack. Oh, direkt die Rüstung komplett voll. Da hat sich das nach links gehen ja gelohnt. Tchou, tchou, tchou. Einfach durchstechen. Dann kriegt ein der da nicht. Tchou, tchou, tchou. Ja, das funktioniert. So. Hä? Wo kommst du denn her? Na, komm hier. Schluck das. Tschüss. Ah. Verdammt. Gerade gesehen, dass da kein Feuer war. So. Auch wenn wir dieses Sprungding nicht gekriegt haben. Trotzdem geschafft. Bäm. Wap, wap. Verdammtes Mistvieh. Na. Diese Mistviecher, die gehen mir richtig auf den Nerv. Ah, ich hab noch. immerhin haben wir dieses Mal seinen Schwanz erwischt. Was ist du her, du? Mistkerl. Okay, hier haben wir doch die richtige Munition, Raketen und ja, ganz normal. 5,65, ne? War vom G36. Aber full Jacket 7,62 Millimeter. Bäm. Hier haben wir ein bisschen was. Und zu lesen. Äh, Bild anzeigen. Eigentlich nicht, ne? Ja. Die Stadt Necrowol wurde von Ingenieuren der Mykas und Wächter mit vereinten Kräften in der Hölle errichtet, um auf die Produktion eines ständigen Flusses von Agent Energie ausgelegt. Die ausgeladene Festung hat man aus Stein und über Übelstahl was ist ein Übelstahl auf einem Fundament unzähliger Leichen erbaut. Durch sie fließt ein konstanter Strom von Opfern in Richtung Kalibars dem blinden Richter. Dieser uralte Dämon ist von einzigartiger Natur. Er kann sich nicht mitteilen und ist kaum fähig sich zu bewegen. Er fungiert als eine Art Aufseher der aus Käfigen die mit frischen Getöteten vollgestopft sind vollgestopft mit frischen Toten. Die Seelen herausspickt und sich für den Agentenprozess einigen. Ehrlich einem riesigen Schlachthaus ist Nikravol in vielen Bereichen unterteilt. Zu dem momentan Erreichbaren gehört die Abaddongrube, eine gewaltige Schlucht in der Opfer zusammengetrieben werden. Nach Kalibars werden die Agenter würdigen den tiefer in die schwarze Festung gelenkt. Die die sich als ungeeinigt erweisen beseitigt man als Abfall und ihre gequälten Seelen werden in den brennenden Schlamm der Blutsimpfe geworfen. Ja, echt nett. Habe ich nicht gerade eine Rüstung eingesammelt da waren nur 50 Da unten ist auch wieder Rüstung Leben Heißt es gibt die gleiche äh schmerztige Pickups finden sich in der Spielwelt Wo denn Moment Wir sind jetzt Achso Wir sind jetzt zur anderen Seite vom Tor Okay Ohje Gott sei Dank hier musst du eigentlich jetzt Was bist du denn für einer? Aaaaaah Okay Den haben wir schon mal Aaaaaah Bäm Mist Kerl So Ich mach euch alle fertig So Ääähm Da Erstmal hier Spams Hast du nicht mit gerechnet War So Wir müssen mal ein bisschen fackeln Gib mir mal hier Rüssi Zack Den zerschnibbeln Ne Ja Kommst du her Koleje So Da war noch Munition Und Okay Hab ich jetzt Hui So Und Um einmal zu Säbeln Joah Können wir eigentlich mal machen Ne Wenn da schon Sprit steht Können wir Mal eben Hier Voll machen Bisschen Viel Rüstung Für Ähm So Wenig Kampf Und Leben Also Nicht Rüstung Und Leben So Gibt es hier noch Irgendwie was Da oben Gibt es noch Ein Fragezeichen Wui Wui Wann ja nicht Rauf Schnee los Sind die kaputt Da kommen wir drauf Oder Ja Fragezeichen Hallo Hör auf Was ist denn ein Fragezeichen Natürlich Genau Dahinter Hm Komme ich denn da dran Wahrscheinlich Noch Gar Nicht Waffen Energie Achso Ist voll Hallo Was Passiert Jetzt Hier Wie nett Aber ich will mich Jetzt nicht Verarbeiten Lassen Ich will das Fragezeichen Da haben Ah Warte mal Da kommen wir Vielleicht so Hoch Nein 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 So Kommen wir da nicht rein Warte Da ist ein Leben Wem Muss ich doch Da reinkommen Sind auch schon Irgendwelche Hässlichen Alienköpfe Wie komme ich denn da Sonst rein Der gibt mir nicht genug Schwung Ne Hier gehe nicht genug Schwung So komme ich da nicht rein Aber es gibt ja auch keine Möglichkeit Irgendwie höher zu kommen Irgendwie von Von woanders Also hier Irgendwie so Dann rüber Däschen oder so Aber da ist auch Nix Na gut Soll ich jetzt wirklich da Reinspringen Kann man nicht die armen Schweine irgendwie retten Weil so wie die aussehen Was zumindest werden Würden dann deren Seelen Nicht mehr Missbraucht Bam Hm 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 Vielleicht sonst noch Irgendwas anderes Schauen wir mal aus Alter Hallo Was ist denn her Wir wissen überhaupt Wir müssen mein Freund sein Ich hab so wenig Spam Warum habe ich das so gut überstanden Macht mir ja schon fast Angst Kaum lebe Also nicht mal Leben verbraucht Nur Rüstung So Tun wir mal ein bisschen Was anderes verballern Hm Es reicht nicht Wo muss ich denn hin Da muss ich hoch Komm ich nicht hoch Tja Achso Da geht was auf Dann Na So Bäm Ach wie nett Wie kann man dann hier Noch Alter Das ist ja gemein Wo ist er denn jetzt Hä Wo war das denn wo ich hoch muss Das hier Verdammt Das war ich dann direkt da drunter Da wollte ich direkt hoch Okay So Naja Was ist denn da für eine Karriere Alter Warum ist der nicht rausgegangen Ich hab da drauf geboxt Wolle der Scheiß Mann Jetzt aber So Da bin ich Hier der Roboter Dude da ne Der hatte Der Typ der hat Auch das Schwert geklaut Bei dem Doom Für Playstation 4 Was ich schon gespielt hatte Am Ende Der Schmelztiegel Also der Ding Was wir dann auch Dann uns ja wieder geholt haben Das ist ja hässlich Zerstöre die Augen Alter Okay wie ist das Störe ich denn die Augen Ich weiß ja nicht mal Ob ich das da treffe Tschu tschu Verdammt Wie ist das Störe ich die Kacke denn Wolle ich da Gegenschießen Ich weiß ja nicht Erst will ich nicht aufgehen Ne Wollte auch Sinn machen Wir machen Raketenwärfer Wir machen Räumen 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 Verdammt Verdammt Ah geh doch da rauf Alter warum hältst du dich nicht feste Das ist doch doof Räumen 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 noch so einer was wollt ihr ich hab keine bonbons wie euch verdammt ey einfach weggenietet kommt ja noch Feuer so hab ich zumindest mal rüssi wo ist ihr Leben komm runter da so boom boom der Schild ist darunter gefahren jetzt ist es unbeschüßt hallo du komisches Gehirn fließen so was ne Matsche hier das war's ich hatte das wär voll der krasse Kerl ey bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal.